Türchen 2 Harry kratzte sich an der Brust und rutschte hin und her. Manchmal denke ich, sie liebt es lediglich, an mir herumzustochern. Pomfrey ist nur etwas genervt, versicherte ihm Hermine. Das ist das fünfte Mal in diesem Monat, dass du in die Krankenstation musstest. Jedes Mal aus demselben Grund. Wärst du gestern gegangen, wie ich dir vorgeschlagen hatte, wäre sie sanfter gewesen. Es ist ziemlich spät. Lass gut sein, Hermine, knurrte Ron, als sie um die Ecke ging. Harry ist gegangen, so wie du es wolltest. Kein Grund, Salz in die Wunde zu streuen. Aber ich hatte recht, Harry war verhext. Äh, Harry sah Hermine von der Seite an. Das ist der Teil mit dem Salz in der Wunde. Hermine versuchte vergebens, eine Haarsträhne hinter ihr Ohr zu streichen. Sie sah nach vorne, das Kinn erhoben. Ich sage ja bloß, Liebestränke sollte man nicht zu leicht nehmen, Harry. Denk nur, was hätte passieren können, wäre Sully erfolgreich gewesen. Ich wäre eine Zeit lang entschult gewesen, sagte er heiter. Es hätte Ron glücklich gemacht. Ron, der damit beschäftigt gewesen war, Hermine beim Zähmen ihrer Haare zu beobachten, knurrte wieder. Müssen wir das ständig erwähnen? Ein Problem geht nicht weg, nur weil du es ignorierst, sagte Harry fest. Hör auf, mich zu imitieren, schnappte Hermine. Und deine sexuelle Orientierung ist nicht das Problem, Harry. Es ist mehr ein Thema, sagte Ron. Hermine guckte finster, aber Harry kicherte. Und fürs Portokoll, fügte Ron hinzu. Es würde mich nicht glücklich machen. Sully ist ein Mädchen, aber sie ist auch eine Slytherin. Hermine sah verdutzt rein. Ich denke, dass sie tatsächlich eine Ravenclaw ist. Man könnte meinen, sie sei intelligenter. Oh, oh. Ron lehnte sich zu Harry und sagte bühnenflüsternd. Das ist noch schlimmer. Du willst sicher keine von den Gescheiten, Harry. Die halten einen ganz schön auf Trab. Harry lachte und duckte sich rechtzeitig. Hermine schlug auf Rons Schulter, aber dann auch auf Harrys Hinterkopf, als er sich aufrichtete. Was habe ich dir gesagt? grinste Ron, als Harry an seinem Kopf rubbelte. Ich mag es nicht, in der Mitte zu sein. Warum bin ich in der Mitte? grummelte Harry. Weil wir dich ganz offensichtlich vor verknallten Mädchen beschützen müssen, die überall herumlungern. Hermine sah sich um, als ob sie glaubte, ein verknalltes Mädchen würde sie jede Sekunde attackieren. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass das passiert, wenn ich Voldemort besiege? Harry seufzte nostalgisch. Ach, das waren friedlichere, leichtere Zeiten. Aber sie waren weder so lustig noch voller Regenbögen, sagte Ron feierlich. Harry lachte. Harry lachte. Das ist ein sehr unangebrachter Scherz, sagte Hermine. Und das gilt für euch beide. Entspann dich, Hermine. Du bist derjenige, der die ganze Zeit jammert, schnaufte Hermine. Weißt du, Harry, würdest du dich, ähm, outen, ließen dich die ganzen Mädchen vielleicht in Ruhe? Auf keinen Fall, Hermine. Ron hielt im Gehen inne, um seine Freundin anzustarren. Es würde bloß irgendwelche Kerle ermutigen. Ihre Anzahl wäre nicht sehr groß. Aber sie sind gefährlich. Du weißt nichts von Kerlen, Hermine. Die denken nur an Sex. Hermines Lippen verzogen sich in ein halb missbilligendes, halb flirtendes Lächeln. So viel habe ich schon mitbekommen. Als Ron zurücklächelte, ging Harry zwei schnelle Schritte zurück. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich es hasse, in der Mitte zu gehen? Oha, hört auf damit! Hermines Wangen wurden rosa und sie trat von einem Fuß auf den anderen. Wir haben nichts getan. Wir taten es in meinen Gedanken, gestand Ron. Hermine stapfte auf seinen Fuß und Ron japste, während er zurücksprang. Du bist so gewalttätig. Er verzog das Gesicht, aber dann grinste er plötzlich. Obwohl, ich mag das an dir. Harry schloss seine Augen und holte tief Luft. Ich gehe dort lang. Er zeigte auf den Korridor, an dem sie gerade vorbeigegangen waren. Folgt mir nicht. Hermine hörte auf, Rondove Blicke zuzuwerfen und drehte sich mit aufgerissenen Augen zu Harry. Aber Harry, das kannst du nicht. Ja, Kumpel, sie hat recht. Du kannst zu spät in der Nacht nicht herumgehen. Eines dieser Mädchen wird es ausnutzen. Manche von denen sind komplett verrückt. Die Sache mit Sulie war schon ziemlich knapp. Harry sah in die besorgten Gesichter seiner Freunde. Ein Teil von ihm war dankbar, dass er sie in seinem Leben hatte. Aber ein anderer Teil war extrem genervt. Mom, Dad, es ist an der Zeit, mich erwachsen werden zu lassen, meinte er trocken. Hermine verdrehte die Augen. Harry zwinkerte Ron zu. So, und jetzt geht und spielt Erwachsenenspiele, ihr beide, und lasst mich um mich selbst sorgen. Ich habe bewiesen, dass ich es kann, erinnert ihr euch? Hermine verzog das Gesicht und sagte etwas über Patrouillen und Spiele, aber Ron sah unentschieden aus, zweifelsohne abgelenkt von dem Gedanken an Erwachsenenspiele. Diese Mädchen sind aber schlimmer als Voldemort. Nein, sind sie nicht, Hermine seufzte. Du hast recht, Harry, wir sind bloß besorgt. Ich werde es überstehen, versprach Harry mit einem Lächeln. Solange keiner von euch sich dazu entscheidet, die Geschichte der Schulsprecherin, die ihren Freund Nachsitzen verpasst hat, weil er nach der Sperrstunde draußen war, mit mir zu teilen. Hermine sah empört aus. Ron, was hast du ihm erzählt? Ron schaute auf seine Füße. Es war eine gute Geschichte. Er warf einen kurzen Blick auf Hermine. Gibst du mir eine weitere Runde nachsitzen, weil ich das Geheimnis nicht gewahrt habe? Ich gehe, sagte Harry lautstark, drehte sich um und eilte den Gang entlang. Harry, warte, rief Ron und widerwillig sah Harry zurück. Zur Erinnerung, rede nicht mit Fremden und nimm keine Süßigkeiten von ihnen an. Und wenn dir jemand einen Eislutscher anbietet, dann geh sicher, dass es tatsächlich ein... Komm schon, Ron, sagte Hermine tadelnd, aber Harry konnte das Lächeln in ihrer Stimme hören. Harry starrte den sich zurückziehenden Gestalten liebevoll hinterher. Sie waren das lästigste und ermüdenste und sexbesessenste Paar, das man sich vorstellen konnte. Aber Harry wusste nicht, was er ohne sie machen würde. Vor kaum zwei Monaten hatte er sich Sorgen darüber gemacht, wie er ihnen beibringen sollte, was er über sich und seine Präferenzen herausgefunden hatte. Jetzt fühlte er sich schuldig, dass er gedacht hatte, sie würden sich von ihm abwenden, weil er auf Kerle stand. Es war für kurze Zeit steinig und komisch, war es manchmal immer noch, aber zwischen Hermines ermüdenden Ratschlägen und Rons unangebrachten Scherzen war ihre Freundschaft zu ihrem alten Glanz zurückgekehrt. Weiter vorne nahm Ron Hermines Hand und Harry sah weg. Eine Welle von irrationaler Eifersucht niederkämpfend und vage Gedanken an seine limitierten Chancen, jemanden zu finden, der seine Hand hielt, verdrängend, kehrte Harry zu seinen Pflichten als Vertrauensschüler zurück und zog die Karte der Herumtreiber hervor. Er überflog sie, suchte nach einsamen Punkten und seufzte, als er einen im dritten Stock fand. Er holte seinen Schulsprecheranstecker aus der Hosentasche, steckte ihn an seine Robe und ging zur Treppe. Offenbar war Melissa Bullstrode nach der Ausgangssperre in den Gängen unterwegs. Ende Türchen 2 Ende Türchen 2